FIFA-Funktionär Kann ich wohl verstehen? Würde ich auch Doch ist der FIFA-Funktionär natürlich auch nicht dumm wie die Bumm Er zückt sein Pipa-Portemonnaie und guckt sich pfeifend um Er schwenkt ein Scheinchen her und hin, ich sag, dass ich nicht käuflich bin Da fragt der FIFA-Funktionär ganz irritiert Warum? Ich schenk dir einen Motorjacht, zahl Puff, Besuch und Partynacht Mach dich zu Mima-Millionär mit Luxuseigentum Ich sag dem FIFA-Funktionär, so kriegst du mich nicht drum wie die Bumm Weil ich auf FIFA-Fairplay steh, das ist mein Heiligtum Er tobt und wirbelt durch das Haus, packt plötzlich eine Keule aus Dann haut der FIFA-Funktionär mich ins Delirium Aua! So, das brauchst du jetzt davon Und hier die Moral Nimm lieber Schmi-Schma-Schmiergeld an Scheiß auf das Publikum wie die Bumm Sonst kommt der Sisa-Sensen-Mann und senf dich einfach um Aua! 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 ARD Text im Auftrag von Funk